Na? Na na na! Hey hey hey! Killer Gnu aus der Hölle! Okay! Hey! Droni lebt noch, ja! Droni lebt noch! Da kommt schon der nächste Heli. Immer schön nachladen, wenn wir ein Stückchen laufen müssen. So, da sind die Nächsten. Pluppdipluppdi, nein! Mein Schild! Ist ja noch da, ja. Wir müssen eine Extrarunde laufen, damit das hier mit dem Schild funktioniert. Wir müssen nah ran, bis es weh tut. Schande, Mann. Wo ist meine Moni, Mensch? Was willst du nachladen? Aber nicht mit einer Kugel zwischen den Augen. Da ist meine Moni, yeah! Moni, Moni, Moni. Mensch, wo hast du dich nur die ganze Zeit versteckt, liebe Kiste? Okay. Wo ist er? Schön, 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 schön. So muss das laufen. Äh, brauche ich nicht. Ich brauche keine PP19. Niemals, niemals, nie, nicht. Unter dem Tor sind noch mehr Ziele. Nee, Quatsch, Droni noch nicht weg. Hier sind keine drei Tickets. Den Ausbereich sichern, habe ich vor. Wir müssen weiter. Renne, renne, renne. Wir haben noch keine Zeit. Noch mal frisch aufladen. Und wo sind die jetzt? Die hängen hier irgendwo rum. Nee, wir brauchen nicht oben lang gehen. Wir brauchen keine gute Sniper-Position. Wir müssen immer schön außenrum und zwischen den Gebäuden herumschlängeln. Wow, wow, wow. Killer genug. Oh, das muss zuerst sterben. Weiterherlaufen ist nicht die beste Idee. Denn wir sind viel zu langsam. Wir sind viel zu langsam. Na, wo ist das? Killer genug. Killer genug. Stopp. Wir heißen nicht alle. Oh, mein Schild. Eigentlich habe ich ein Schild. Aber das ist gleich weg. Das ist gleich weg. Boom. Boom. Weg. Medikit. Jetzt. Sofort. Tickets. Tickets. Oh, das hat das richtig wehgetan. Weil ich unbedingt hier durchwaschen möchte. Unbedingt. Geht doch. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Ja, perfekt. Zwei Tickets. Sofort. Drüber. Drohne. 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 Okay, cool. Nice. Weiter. Drohne. Drohne wieder aus. Renne, renne, renne. Wir haben ein Geschütz übernommen. Miese Geschichte. Absolut. Drohne da oben. Come on. Noch ein Heli. Drohne zurück. Drohne Fuß. Okay, nicht hinüber. Miese Geschichte. Sturmi. Noch einer. Und wieder nach vorne. Hin und her. Und hin und her. Und hin und her. Was haben wir denn hier schönes? Zielgerichtete Beute. Köder. Juck, nehme ich mit. Das ist eine recht potente LMG. Ähm. Ja, aber ich will schon eine benahmte LMG haben. Wollen wir mal wieder LMG spielen. Deswegen. Habe ich die jetzt zerlegt. Glaube ich. Muni. Ach, kommt bestimmt was. Bestimmt. 100%ig. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Den letzten Schuss brauchen wir auch nicht im Magazin aufheben. Das können wir uns sparen. Äh. Da, Muni. Drohne schön durchhalten. Du hast noch richtig viel Energie. Zwei Medicats. Gut. Sehr schön. Und sieben Granaten, die wir gerade sowieso nicht wirklich benutzen. Lincoln Memorial. Jetzt fängt es wirklich an, Lincoln mäßig zu werden. Wo sind sie denn? Ah, da stehen sie. Na? Na? Na, noch einer? Sturmer. Sturm. No. Schön. Da komm aber noch mehr. nein machst du nicht habe ich was dagegen nicht wenn ich hier noch irgendwas zu sagen habe diesen saftladen in diesem verdammten linken memorial wie ihr das nennt weiter renne wir haben noch keine zeit mensch wo muss ich denn lang ich habe total die orientierung verloren ich habe mich dem fluss ergeben das ist nicht immer gut scheuklappen at its best im tunnel gefangen vor diesem wunderbaren spiel aus dem hause ubisoft moni rolle vorwärts sehr schön die langsame rolle vorwärts wenn man sie direkt nach der muni kiste ausführt sieht ein bisschen komisch aus drei tickets bis geschützt sie am start das geschützt sie aber man geschützt sie natürlich mal nicht drohen aber wenn drohen die draußen ist da sind die gegner so schön abgelenkt das ist richtig angenehm was haben wir eigentlich gerade zerstört so das kabel geht darüber diese tür hat sich geöffnet und wir bekommen komponenten sehr schön noch eine kiste und eine geheime geheimwaffe nein dankeschön aber die teile die können wir gebrauchen los renne mit kette im anschlag und drohen ist auch gleich wieder da drohen die drohen die drohen das fliegende geschütz sie und jetzt ja genau den kram mir noch mitnehmen die sogar sehr gut im 45 a 1 aber nur ein 7er magazin naja gut es gibt sicherlich situation wo man was mit dieser pistole anfangen kann aber wir sind ja nicht wirklich wegen dem blut hier wir sind wegen dem abschluss hier dem abschluss der mission drei tickets wo ist er denn auch wie viele denn noch bitte wie viele denn euch wochen drohen jetzt sofort sofort jetzt drohen ich komme ja da war doch ein ticket die habe ich noch zwei tickets gebraucht was für eine frechheit wenn wir doch einfach das da los na wo lang kommt kommt jetzt mal nicht schlapp schön ist das haben wir überlebt wir haben ja mehr oder weniger maximaler druck Das mag ich hin und wieder. Muni wäre nicht schlecht. Atemmaske brauche ich nicht. Zerlegen. Weiter. Schön. Schön, schön, schön. Eine schöne Mission hier. Aber jetzt brauchen wir wieder die nächste Muni-Küste. Hier, da ist sie doch, Mensch. Gesagt, getan. Oder gerufen, gekommen. Was haben wir hier geöffnet? Eine Sekunde. Irgendwas magisches, was ganz, ganz geheim ist. Naja, immerhin Komponenten für die nächste wöchentliche SAD-Challenge, die das wieder verlangt. Zerlegen weiter. Und hoch zur Tür. Sie warten alle auf uns. Sie sind voller Vorfreude. Und gleich hier runtergehen, ne? Einen schwachen aussuchen und dann Drohni gleich raushauen. Nehmen wir doch den hier. Los! Drohni! Mist, fiech du! Weg! EMP! Oder Explosion mit Blitzschaden. Von wo? Hmhm, hmhm, hmhm. Na, na, na. Sehr schön. Sauberer Treffer. Auf die Hüfte. Oh, 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 oh. Holy Moly. Gelenkschaden. Meniskus-Treffer. Das ist ein Dicker, ne? Das ist ein Dicker. Da kommt er. Kette, Kette, Kette. Ein goldener Dicker sogar, ne? Kette. Kette. Ich komme hier nicht hoch. Ist kaputt. Alles kaputt. Kette. Kette first. Nice. Ich habe jetzt so viele Tickets eingesammelt, oder? Nee. Alles cool. Drohni zurück. Wie? Die Befehlshaber kommen hier gleich um die Ecke? Aber ich habe da noch gar keine Munition. Wo ist die Munikiste? Hier muss doch irgendwo eine rumliegen. Das ist ein Endgame-Bereich. Ich weiß doch gar nicht, was ich machen soll. Da sind sie. Oh, spezielle Spezial-Muni. Rüber, rüber. Egal, was es ist. Stecker ein. Brand-Muni. Ja, dann brenne. Dann brenne. Alles cool. Alles cool. Ist nur noch der da. Tickets. System reaktiviert. Boom. Noch ein Ticket Pistroni wieder am Start ist. Schild ist schon da. Wir haben noch genug Muni. Das ist schön. Gelootet wird erst danach. Hallo, es kommt doch, Mensch. Oh, oh, oh. Kann der auch hauen? Das stimmt auch gar nicht. Du hast eine gute Chance. Medic, mieser Medic. Wir hassen ihn alle. Na, rechts oder links jetzt? Boom. Missionsziel. Aufzug erreichen. Das kriege ich auch noch hin. Minz, grüner Loot. Hardwired Komponente. Juck, nimm mal mit. Brauchen wir nicht. Habe ich jetzt trotzdem eingesteckt? Nur aus Prinzip. Welches Prinzip das ist, weiß ich aber nicht. Okay. Ja, das sollten wir mitnehmen. Das zerlegen wir gleich. Schön. Mensch. Aber vorher wollen wir uns natürlich noch ein bisschen Muni einstecken. Brauche ich nicht. Dankeschön. Dankeschön. Zerlegen. Muni. Ach, schön, Mensch. Ich hoffe, das geht mit den nächsten Hauptentsätzen genauso flutschig. Aber das werden wir gleich feststellen. Nachdem wir den Aufzug gefunden haben. Oh, noch eine spezielle Kiste. Bleibt mal schön hier. Hey. Ach, geht nicht. Okay. In die andere Richtung. Volldampf voraus. Und da ist er auch schon. Er wartet auf uns. Die einzigste Stelle im Spiel, die nicht vermüllt ist. Ja, tatsächlich. Ist abgeschlossen. Sehr schön. Dann machen wir doch gleich mit dem nächsten weiter. Potomek Event Center. Im Invasion Modus. Das sieht hier schon derbe anders aus. Die Mauer steht sonst nicht hier rum. Und sonst müssten wir auch vorne das Auto mit dem Poller wegschieben. Ist gebongt. Wachen und so. Hab verstanden. Over and out. Den Eingang sichern. Hey, da bist du ja mein Freund. Killer Gno. Aus der Hölle. Was macht der jetzt hier? Er liegt einfach ein bisschen rum. Droni. Jetzt. Come on. Oh nein. Mein Schild. Mein Schild. Ja, miesen Halunken. Ihr habt Droni und Schildi nach Hause geschickt. Das sollte er mir büßen. Na dann reaktivier mal. Jetzt können wir wieder. Wow, 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 wow. Meine Güte. Ich sehe nichts. Aber ich schieße trotzdem rein. Na los. Na los. Das sind nur rote. Nur rote. Und ein Sniperino. Was für eine Frechheit. Versteckt sich da hinten. Noch einer. Droni. Jetzt. Runter mit dir da. Ich pistole dich da runter, Mann. Ist noch einer hier? Hinter mir vielleicht? Ne, ne? Los, Droni. Flieg da hoch, Mensch. Wir haben doch keine Zeit. Come on. Der muss da irgendwo sein. Komm runter, du Lump. Na. Da. Da ist er. Yay. Oh, mutig von ihm, oder? Das sind bestimmt... Also ich will dich lügen. Von der oberen Plattform da runter. Vier Meter. Klasse. Und direkt weiter. Hey, hey, hey. Oh, wir brennen. Uncool. Vielleicht muss der noch seine Felduntersuchung weiterspielen. Und hätte mich jetzt brennend killen müssen. Weiter geht's. Do not was? Do not. Do not touch. Okay, wahrscheinlich frisch gestrichen. Muni, muni, muni. Und da warten auch schon die nächsten Schergen auf uns. Droni. Go. Wir hätten ein wenig näher rangehen sollen. Auf die Distanz ist dann... Ist dann unsere Sumpfkette dann doch nicht ganz so präzise. Aber es geht noch. Es geht noch. So mit stabilen Seiten ist das ganz gut hinzubekommen. Flop, komm jetzt. Ist gut. Da will jemand mit Drohnen rum agieren. Soll er noch. Ich hab meine eigene Drohne. Schande. Stopp. Die wird explodieren. Ach nee, das war gar keine Explodrohne. Na, komm schon, Mann. Boom. Na, einpacken. Können wir einpacken oder kommen wir noch mehr? Doch, da kommen noch welche. Boah, wir hauen hier durch. Das ist schon cool. Alles wegstecken. Drohne einpacken. Drohne frisch aufladen. Und dann sind wir schon im nächsten Abschnitt, Mensch. Oh, Lu, stopp. Den Loot nicht vergessen. Immer schön den Loot mitnehmen. Brauch ich nicht. Und die Tickets und die Totems. Und natürlich auch die Munimon. Jetzt kommt das, glaube ich, mit den Booten. Also, ähm, quasi die... Oh, die Black-Task-Interpretation von den Booten. Oder? Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. Drohne, los. Oh, nein. Explodrohne. Voraus. Drohne, jetzt. Flop, nachgeladen. Geht doch. Eine Arschgeige nach der anderen. Wie es der Commander einmal sagt. Boah, ist das ein Gatling oder so? Stopp, stopp, stopp. Ja, ich glaube schon. Oder ein dicker, nein. Es ist ein Geschütz. Ein mieses Geschütz, besetzt von einem miesen Halunken. Der Black-Task. Schön. Hey, hey, hey. Come on. Ist das etwa schon alles? Brauch von da oben. Na klar. Was denn das für einer? Der scheint richtig rachsüchtig zu sein. Der hat das Rache-Symbol auf dem Kopf. Aber das wird ihm nicht helfen. Los. Hey. Geht's über die Seite. Achtung, die Pflanzen. Flop. Minzgrün. Ach ja, Jemine. Dass ich das noch erleben kann. Beim Tor neu formieren. Aber erst nach den Tickets. Was bekommen wir denn hier? Schöne Spitze des Speeres. Was war das nochmal? Individuelle Waffe. Naja. Benutze ich jetzt nicht so oft. Los. Oh mein Gott, Division. Das kannst nur du. Moni auffüllen. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Verlade-Docs. Mhm. Ich überrasch. Sie will eine Granate. Wo steht denn hier einer? Sieht aus wie Equipment der Black Tusks. Zerstören Sie es. Zerstört ihn. Was soll denn das? Immer diese Aggression hier. Ihr habt angefangen. Ja. 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 Ja.